hallo heute möchte ich euch gerne etwas mehr ganz außer natur zeigen und zwar war ich heute morgen in meinem garten und hat ein paar blümchen gepflückt und damit erstelle ich jetzt eine wilde frisur einen schönen haarschmuck lasst euch überraschen mein name ist susanne van heen ich bin makeup artist und möchte euch heute zeigen wie das funktioniert das ist mir zu flach also nehmen wir mal eben ich habe ein bisschen ein paar push ups ja klar nicht kleckern klotzen damit kaffee geht das immer am allerbeisten ist ein bisschen gemütlich die liebe lea die steht mir heute zur verfügung und ist ganz gespannt was da passiert das kannst du tragen ein bisschen größer als sonst aber halber kopf ja halber kopf ich brauche das war heute morgen im wahrsten sinne unkraut zu mir selber pflücken und die menschen gucken dich immer ganz seltsam an wenn du sagst darf ich das bei dir abpflücken ganz arm brauchst du noch mehr ich habe hier eine ganze kiste kleiner nägelchen und damit geht das immer ganz gut die kann man so da reinstecken natürlich braucht es etwas mehr aber im laufe des kriegen wir das schon bunt gemischt hier ist immer ganz wichtig dass man den anfang hat und mit diesen wunderbaren blättern geht das natürlich perfekt das wird ein ruhigeres bild wenn man sofort so wild mit kleinen kram anfängt oder mit kleinen blättern dann ist das sehr wild das mache ich schon seit vielen jahren immer wieder als geschenk wenn jemand sagt ich möchte mal ganz besondere fotos haben ja klar wichtig ist dass man ein bisschen vorm gefühl hat es rieselt also hier sieht das gleich aus wie in einem blumengeschäft ich mach dir jetzt grüge blätterhaare das ist ja vielleicht mal öfter dran ich hab auch gedacht und dann haben wir dann hier auch ein schönes ehefreundblätchen nein ich mach dir erstmal noch ein bisschen mehr Volumen ich finde wir brauchen hier noch Runden da ist mehr mehr hab ich auch mehr mehr ja wer hat der hat an den Haaren mache ich jetzt erstmal nichts mehr ich werde jetzt erstmal einen Make-up machen werde ich ein bisschen bunt machen dann kommt somit die Highlights kommt noch rein zum schminken habe ich mal wieder meine kleine Palette die gibt es von verschiedenen Firmen diese ist ich glaube von PXP oder von FX ich finde die Farben sind sehr deckend aber ja müsst ihr selber gucken in jedem Land in jeder Firma in jedem Shop gibt es andere Farben muss man raussuchen so das ist wirklich ein bisschen Volumen da gehen mit dem Schau, schau, schau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Es ist so ein bisschen umständlicher von der Arbeit her, von der Handhabe her Genau, vom Handling. Aber warum kommen einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber das muss man ausprobieren. Ich habe also ganz gute Erfolge damit gemacht und da bleibt man da auch meistens dran. Dann hast du eine Ameise. Ja, das kann natürlich passieren. Wir sind ja nun mal voll in der Natur. Und jetzt las baut es den Kroos, baut es den Kroos, baut es den Kroos, baut es den Kroos. Und jetzt пап mir wieder mal voll. Und jetzt wird es den Kroos, ein Kroos. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 was den Menschen dein Gegenüber ausmacht. Oh, schon gut, natürlich nicht schon gut. Hier ein bisschen Beiß rein. Jetzt machen wir die Nacht, die Blüte. Kann ich die Augen aufmachen? Ja. Genau, frische Molunda. Trag mir leid um die Blüte, aber sie passt natürlich perfekt in mein heutiges Kurs. Hier ist ja alles dazu, was gerade tut. Ich habe versucht einzufangen. Ich finde, Holanda war auch ganz toll. Ich auch, ich mache es. Ja. 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 Die sind brauche Lenk Gi. Ja. Das ist dein passticit haar. Wir gehören lynnen. Wenn man das so übertragen könnte, was hier gerade so riecht und wie mich das beflügelt, wenn gerade die Natur hier bewegt, muss ich ja nun doch sein. Die sind von meinen Nachbarn. Die kennen mich ja alle, die wissen, ich bin nur geliehen. Die sind von meinen Nachbarn. 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 Aber du kannst gar nicht abz cabern. Ich bin gar nicht mit meinem Haare stecken. Wenn man die zu schräg drauf hält, dann fühlt sich das wirklich nicht. Ich denke nämlich die ganze Zeit, so jetzt müsste ich was fühlen. So, die ist nicht aus dem Garten, aber ist auch mein Lieblingswert. In der gleichen Farbe. Und schon ist das ein abgerundetes Krönchen. Da kann er aus dem Garten meiner Freundin. Also wirklich, wenn ich diese Arbeiten mache, dann gehe ich eben einmal darum. Hast du mal den? Darf ich mal den? Das ist ja auch schön. Ja, klar. Und schön vorsichtig. Jetzt bin ich ja auch lebendig. Ja, pass auf. Eine Wertschätzung. Ja. Und da ist schon mit jedem Arme, mit jedem Tierchen was krank. Ja. 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 Ich denke auf jeden Fall da. Ja. 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 Das ist gut. Ich hätte auch gedacht, dass ich das viel mehr merke auf dem Kopf, aber es ist so leicht. Als wenn ich das schon mal gemacht hätte. Und wenn ich dann diese Arbeiten dann mache, das sind immer die Tage, wo dann überall bei mir im Haus Blumen rumstehen. Das sind Wicken. Die wachsen bei uns am Zaun und die stürme ich immer beim einen aus. Sieht so ein ganz bisschen aus wie Heuschrecken, wenn man die einzeln nimmt. Genau. Aber das bietet jetzt nochmal ebenso den Rest deiner langen Haare. Bis zu lang. So, fertig. Ich sehe immer dann, wenn ich fertig bin, wenn es ein rundes Bild ist. Ich könnte jetzt noch, aber dann werden wir immer höher. Ich wollte gerade sagen, aber jetzt ja. Ja, dann kommen wir immer höher. Aber ich glaube, jetzt ist es ein absolut rundes Bild. Ich finde es selbst stimmig. So ein bisschen. Ja, es passt. Ich bin das. Okay, da sind wir wieder. Es passt. Ich bin das immer höher. Meine Lieben, ich glaube, schaut mal, meine Gartenprinzessin für heute, viel Spaß beim Nachmachen und ich danke euch fürs Zuschauen. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020